Die Girmigastronomo Eine 46-Knetmaschine überzeugt mit ihrer enormen Leistungsstärke von 1,800 Watt und dem großen Eidliter-Edelstahlbehälter. Egal ob herzhafte Brotteige, lockere Rührteige oder feine Schaumassen, dank der vielseitigen Ausstattung werden selbst anspruchsvollste Backwaren zum kulinarischen Vergnügen. Mit dem kraftvollen 1,800 Watt Motor und den 6 Geschwindigkeitsstufen plus Pulsfunktion meistert die Gastronomo mühelos große Teigmengen bis 3 kg. Die spezielle Planetenrührbewegung sorgt für eine besonders gründliche und gleichmäßige Durchmischung. Ob Pizzateig, Nudelteig, Brotteig oder Rührteig für Torten, Dank des mitgelieferten Knethakens, Rührbesens und Schneebesen aus Edelstahl wird jeder Teig perfekt verarbeitet. Der extra große Eidliter-Edelstahlbehälter mit Sichtfensterspritzschutz und Einfüllhilfe erleichtert die Zubereitung größerer Portionen. Die rutschfesten Standfüße mit Saugnapf verleihen auch bei höheren Leistungsstufen einen festen Halt. Eine praktische Abschaltautomatik sowie die Verriegelungssicherheit sorgen zudem für einen gefahrlosen Betrieb. Mit ihrem robusten Metallgehäuse und der hochwertigen Verarbeitung ist die Gastronomo M46 ein überaus zuverlässiger und langlebiger Begleiter für die Hobbyküche. Das elegante, zeitlose Design fügt sich perfekt in jede Küchenumgebung ein. Die Girmigastronomo. Im 46-Knetmaschine vereint Profileistung mit praktischer Bedienung und überzeugt mit einer Vielzahl an nützlichen Funktionen. Ob für herzhafte Brotwaren, süße Leckereien oder cremige Schaumassen, dank der enormen Schüsselkapazität und der Ausstattung meistert sie jede Backherausforderung im Handumdrehen.